So, einfach noch Vorbeilauf. Super Taktik. Und hier geht es gar nicht weiter. Oh, Gold. Oh, und, oh, oh, oh. Was zur Hölle? Ach, die sind von oben runter gesprungen. Okay, okay. Weg, 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 weg. So, wir haben drei Vergiftete. Das trifft sich ja ganz gut. So, eins, zwei, drei. Also da müssen wir gar nicht weitergehen. Und ich gehe in die vollkommen falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Wir wollten nach unten rechts wieder schlafen können. Und zwar nicht hier, sondern hier hoch. Rechts rum, rechts rum. Also genau, da unten, wo wir eben gerade waren, wollen wir nicht wieder hin. Das heißt, wir gucken uns jetzt den anderen Weg an, der durch die Kale-Situation führt. Nein. Was zur Hölle? Ein Schlag, Leid Tod. Also, K.O. Ja. Weg, 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 weg. Der Punkt ist also auch jetzt für uns tabu. Und die erwarten von einem, dass man das Ganze am Anfang macht? Ich denke, irgendwie nicht. Ich denke, das ist echt so ausgelegt, dass man sich die Dungeons aussucht, wo man einigermaßen zurechtkommt und die anderen erst später macht. Schlafen, Auge, Licht, Segen, und da war irgendwas kaputt. Irgendwas ist gut. Manchmal schön viel. Au, du kannst nicht mal die reparieren. Das ist ärgerlich. Ja, Bogen ist nicht schön. Rein. Das sieht ja fast so aus, als müssten wir jetzt alles stehen und liegen lassen. Und erstmal für Gerogon den Expertenrang reparieren finden. Das heißt, wir müssten ihn in den anderen Städten mal erforschen. Also, Silber Cove und Kriegsbayern, was es da noch so alles gibt. Ein Veteran, der wird das Problem gewesen sein. Die, besser gesagt, sind zwei. Geht weg. Geht. Oh, oh. Hau. Er ist noch fast voll. Oh, okay. Laysen wir ihm K.O. Nee, Quatsch. Talana ist K.O. Du heilen und du kommst nicht hinterher. Ja, okay, 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 okay. Oh, 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 oh. Uffala. 144 Gold. Und das Recht, hier gleich wieder schlafen zu dürfen. Was irgendwie wertvoll ist. Und wir auch gleich in Anspruch nehmen sollten. Runter. Pssst. Komm, wach auf, irgendjemand. Obwohl, Talana kann aufwecken. Nein, nicht zaubern. Du, 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 du hast nur Feuer. Du, du hast aufwecken. Ja, das sind ein paar mehr. Rote Punkte jedenfalls. Oh, oh, oh. Ich will doch nur schlafen. So, stirb. So, jetzt, komm, schlafen und so. Sonst suche ich mir echt nach dem Ort. Und ich darf hier gar nicht mehr schlafen. Das ist jetzt echt nicht schön. Hier hinten vielleicht? Ja. Und ich durfte sogar mal ausschlafen. Sehr gnädig spielen. Sehr gnädig. Singen. Also, Plan war eigentlich, wir wollten zurück zu keiner Situation, aber nicht links abbiegen, diesmal sondern rechts rum. In der Hoffnung, dass wir da in trockenere Gebiete kommen, wo möglichst wenig Schleim sind. Wobei runter da nicht die richtige Richtung ist, oder? Für trocken. Oh. Quatsch. Quatsch. Das ist viel zu viel Schleim. Kann schon ein, zwei würde ich gerne mitnehmen. So, ein kleiner grüner Schleim ist tot. Oh. Noch ein kleiner, äh, doch nicht. So, noch ein kleiner grüner Schleim ist tot. Und das ist jetzt ein Problem. Gibt es irgendeinen Anblick, den wir gehen gönnen? Nicht wirklich, ne? Die Tür oben war zu. Dann können wir ganz kurz gucken, ob da eine Schalter, die wir gedrückt haben, vielleicht die Tür aufgemacht hat. Äh, dum, 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 dum. Bitte, 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 bitte. Ich will nicht durch den Schleim durch. Ja. Sehr schön. Rundenbasierend. Hallo, Jungs. Quatsch. Du hellen. Boah, boah. Boah. Okay. Das ist mir doch gleich wesentlich lieber, als irgendwelche doofen Schleime zu töten. Äh. So. Reine O-Kissen. Gib mir Gold. Oh. Das ist viel Gold. Schwert ist gut was wert. Da bekommt gleich Talana selber. Könnt ihr nicht. Kann ich nicht. Könnt ihr nicht. Okay. Du. Hast du benutzt keine Stäbe? Dolch 1. Nein. Ja, ne? Aber vielleicht später. Oh. Sagt die Karte mir, dass hier ein Durchgang ist? Du bist nur ein Soldat. Okay. Diese Veteranen sind die Garstigen. Auf die müssen wir aufpassen. Aber die strahlen so komisch golden. Wir haben noch einen Knopf. Der eventuell die Tür aufgemacht hat, die wir eben gesehen haben, die nicht da war. Nämlich die hier. Oh. Sehr schön. Glück. Glück, Glück, Glück. Du hast es. Weg mit dir. Weg mit dir. Befehle der Schattengilde. Also die Gilde, die wir vorher auseinandergenommen haben mit den Dieben drin. Damien. Gratulation zu eurem neuen Auftrag. Die Schattengilde will, dass ihr die Karawanen in einen Hinterhalt lockt, die von Neusorgpegalen nach Ironfist oder Freehaven reisen. Ihr dürft unter keinen Umständen eure Verbindung zu uns preisgeben. Oder die Abmachung ist dahin und ihr werdet sehen, was mit Betrügern geschieht. Tut das, was man euch sagt und es wird keine Probleme geben. Prinz der Diebe. Das ist bestimmt genau das, was unser Auftraggeber haben wollte, oder? So, Auftrag. Äh, ne, ne, ne. Ne, hole die Haarfe aus den Dragonerhöhlen. Ne. Aber wir haben einen wichtigen Auftrag und einen Plottwist und überhaupt gefunden. Gibt das nicht auch Gold? Ne. Ne. Ja, du, heil. Sie. Jetzt können wir hier endlich mal aufräumen. Problem ist, nur die Hälfte ist jetzt schon runtergefallen. Die werden uns auch weiterhin beim Schlafen stören. Gut. Dann müssen wir ein paar mehr. Hey, du musst noch da. Okay. So lange zauber, wie wir noch können und danach einfach. Na, okay. Kaputt, 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 kaputt. Der läuft eh schon weg. Läuft doch schon wesentlich besser. Oh, die Tür bewegt sich nicht. Ah, Schalter. Er ist bestimmt im Nebenraum, hm? Also, hier. Äh. Okay. Äh. Heilen ziehen. Bevor sie darum schreit. Ah, und Segen ist weg. Oder ist das Elden-Dum-Näßigen. Genau. Wo? Da ist der Knopf. Wieder zurück. Zu der abgeschlossenen Tür. Daum, 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 daum. Und das alles, um eine Harfe zu bekommen? Mal gucken. Also, mir als Bürgermeister, schräg, schräg. Wichtige Person wäre es, glaube ich, wichtiger, diese Verschwörung hier aufzudecken, als irgendein doofes Musikinstrument wieder zu bekommen. Aber, hey. Oh. Du, heil mal bitte die gerade Ohnmächtig-Gewordene. Und dann bist du gleich nochmal. So. K.O. Oh, Elden-Dum ist weg. Äh. Du. Elden-Dum. Ja. La, 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 la. So. Dein Freund ist K.O. Komm mal wieder runter. Genau, so macht man das. Sehr schön. Warum liegt hier ein... Egal. Ignorieren wir mal. Oh, hier seid ein paar mehr. Oh. Okay, okay, okay. Äh. Äh. Z. Ich hätte schon ganz gerne eine Möglichkeit, hier irgendwo zu schlafen. Bitte keine Explosion. Bitte keine Explosion. Ich hab's. Oh. Feuer ist dann plus 8. Ah. Das kommt weg. K.O. Bleibt hier. Das kommt weg. Aha. Und eine leere Flasche. Ja. Gegner sind immer noch in der Nähe. Hm. Ich habe ein sehr ungutes... W-w-w-w-w-w-w-w. Na jo. Übrigens ist Lei gerade ohnmächtig und die Zauber sind trotzdem noch da. Also müssen sie vorhin einfach ausgelaufen sein. Girogon. Girogon. So. Dürfen wir jetzt hier irgendwo schlafen? Bitte. Ja, ist grün. Okay. Wenn wir jetzt überfallen werden, haben wir ein dickes Problem. Also, Daumen drücken. Ich hasse euch. Also. Raus, 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 raus. Ganz weit raus. Na schon. Vielleicht sind wir hier irgendwann noch eine Stelle. Also, ich glaube, ich könnte sogar jetzt versuchen zu schlafen. Aber das Risiko, dass ein Überfall da ist, ist dann wesentlich höher. Ich hätte da, glaube ich, gerade abkürzen können. Wenn ich zu den Schleimen runtergesprungen wäre. Aber, mhm. So, nochmal hoch. Hier lang, hier lang, hier lang. Laufen wir kurz raus. Übel, übel. Aber wir machen sehr gute Fortschritte. Und ich denke, mit dem nächsten Anlauf kriegen wir das auch hin. Also, Auge, Fackellicht, Sägen. Kurz abspeichern. Und dann wieder rein da. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.